Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 12.10.2021. Ich versuche es heute mal echt kurz zu halten, ich bin ultra spät dran, damit das nicht allzu spät bekommt, aber unser DAX scheint schon fast ein bisschen Rost angesetzt zu haben. Also mit Chillig auf dem Boden, ja im Zweifel schon, aber ja, wenn wir darüber nachdenken, was wir gestern haben wollten, war das auf der einen Seite übergeordnet, Wochenkerze, ihr erinnert euch in den Hammer, in den grünen Hammer, wo wir gesagt haben, also wenn da neue Hochs drüber gehen, so über 2.75, auch später, sollte man sich auf den Zettel schreiben, auch wenn es erst Dienstag, Mittwoch passiert, wenn der DAX über 5.72 abhaut, dann kann dieser Hammer ausspielen aus dem Wochenchart und den DAX hochdrücken bis in die 400 rein, bis in die 550 rein. Das war Aussage gestern, von oben geguckt auf den Wochenchart, Tageschart. Dann haben wir gesagt, untergeordnet sieht es allerdings so ein bisschen aus, wie als fehlt noch ein Tief. Wir haben gesagt, nochmal so rein in die 110, in die 0,70, dass das auch schon reichen würde und wenn er sich dann von dort schön nach oben streckt, der durchaus das Potenzial auch hat, rauszudrücken. Alles, was er nicht machen soll, weil es eher dann nach unten zeigen würde, wäre die 15.70 hier unten zu brechen, weil das ist die 200-Tacke-Linie, da ist das Gap, das ist jetzt ein richtig hartes Brett, das ist ein richtiges Sprungbrett, so ein leichtes, stellt euch das vor, wie jemanden, der aus drei Meter Höhe auf ein Sprungbrett springt. So ist das für den DAX, dieses Ding. Das darf kurz nachwippen, sollte aber dann auch mit einem Stundenschluss gehalten werden und dann nicht nach oben schnipsen. Das muss man so sehen, sieht man das so, dann kann man da versuchen, Long mitzunehmen. Weil das kann durchaus sein, dass er das probiert, nach oben anzuspielen. Die Vorlage ist ja da. Solltet ihr aber sehen, dass da, weiß nicht, ein 500 Kilogramm schweres Kind aus drei Meter Höhe auf dieses 20 Zentimeter breite Schwungbrett zusteuert, was dann immer kleiner wird und kleiner wird und das macht einfach Knack, ohne dass man da irgendwas dehnen oder zurückschnipsen sieht. Dann nichts gegen dicke Kinder. Das soll jetzt bitte hier nicht so eine Debatte auslösen. Es ist sinnbildlich gesprochen dafür, was mit unserem Sprungbrett passieren kann. Es kann nämlich auch brechen. Seht ihr, dass der hier einfach durchfluppt und das kaputt bricht und da keine Anstalten macht, irgendwie Tesafilme in die Hand zu nehmen, um dieses Sprungbrett da wieder dran zu kleben? Dann ist er hier drunter gefährdet und zwar gefährdet, wieder reinzugehen in die Tiefs. Auf solche Tiefs unter die 15.000. 15,94, 15,15. Das wäre so eine erste Station, wo ich sagen würde, da könnte ich mir ein bisschen Gegenwehr vorstellen. Sollte dort aber auch nichts passieren, 15,965 nichts passieren, der auch nur durchschneiden, dann geht er hier das Tief noch mal austesten. Da würde ich dann erst mal tippen, dass er einen Doppelboten probiert. Aber das ist, das muss klar sein. Also wenn er sich auftreten will, hat er hier eine gute Chance. Es ist ein superschönes Sprungbrett, um auch in die grüne Wochenkerze von letzter Woche reinzuarbeiten, dass er von hier dann versucht, die 275 nach oben umzulegen, 400 zu erreichen und 55 zu erreichen. Aber es muss eben, es muss immer zwei Betrachtungen geben. Also wir müssen uns immer darauf vorbereiten, was passiert, wenn der DAX dieses Signal, diese Möglichkeit nicht nutzt und müssen darüber auch sprechen, damit man auch erkennt, wann sollte man vielleicht einen Long abbrechen, wann sollte man ihn erwirken, wo sollte man ihn vor allen Dingen sichern, um gegebenenfalls vielleicht auch auf der Short-Seite, was wir, ne, ich hatte glaube ich sogar gestern so gesagt, dass es eher für mich sogar ein Short wäre unter der 1,80, ne, eher Richtung 1,10, ähm, erst mal und dass man dann hier auch gucken könnte, ob man vielleicht absichert, ne, um für den Fall, dass das bricht, eben auch unten mit dabei zu sein. Also, also in die Richtung würde ich, würde ich sagen, kann man arbeiten, ne. Long Chancen finde ich, finde ich aus dem Bereich attraktiv, aber auch natürlich, wenn er über 270 drüber geht, ne, weil die Wochenkerze von der Vorwoche dann anfängt zu drücken, zu pulsieren und nachzuschieben, ähm, aber wenn er das bricht, wenn er das nicht hält, sollte man dann auch wissen, auf was man sich einlässt, ne, und ich kann mir gut vorstellen, dass das Sprungbrett ein bisschen rumeiernd wird, ne, das ist schon ein bisschen, macht hier so einen schönen, mal ein bisschen unten oben tippen und deswegen achtet wirklich drauf, ein klares nach oben wegschubsen mit Sprungbrett, das erkennt man am Tag, gerade am Dienstag, wenn er am Dienstag schönes Vormittagstief da drauf stellt und er arbeitet sich schön über den Mittag nach oben, ohne am Nachmittag nochmal neue Tiefs zu reißen, dann kann er bis in den, der kann den ganzen Mittwoch durchsteigen, den ganzen, in den Donnerstag rein, das kann er, das kann er, das kann er Dax, ne, also da würde ich dann schon aufpassen, wenn er aber Dienstagvormittag hier bloß reinmacht und dann macht zum Nachmittag nochmal Tagestiefs nach, also dann brauchen wir auch nicht mehr hoffen, dass das Sprungbrett hält, weil dann bricht's einfach, weil immer mehr dicke Kinder von oben da drauf springen und dann macht's einfach knack und und dann ist der hier unten wieder bei 9,65, wobei, in Klammern, 9,65, ey, ich kann mir schon vorstellen, dass um 14, 9, so im Bereich um 14, 9, 90, äh, 15, 10, dass da schon ein bisschen gegen, da sind die Tiefs hier einfach halt, ne, da wird er kurz, ich kann mir gut vorstellen, dass er da kurz zockt, einfach, ne, und noch gar nicht vielleicht die 9,65 dann anläuft, aber das wäre so die Zielbereiche auf der Unterseite und von daher würde ich's gar nicht weiter ausdehnen, ähm, ich glaube, ich hab das Video eingeleitet mit, ich probier's mal kurz zu fassen, dann würde ich jetzt hier nicht noch 10 Minuten ausdehnen, ähm, das ist alles, was, was ich jetzt für den Dienstagrand nutze, deswegen würde ich jetzt mal behaupten, das ist alles, was ihr braucht, ähm, beobachtet die Bereiche, ja, über 2, 30, über 200 macht er eigentlich so Short, dann, äh, verliert ein bisschen Reiz, weil dann die 2,70 halt, und dann wird er da auch drüber gucken, kurz halt, ne, das wäre für mich eher unattraktiver auf der Short-Seite, wenn er da oben jetzt rumturnt, ähm, eher dann halt für die Long-Seite, auch wenn er den, insbesondere die 2,75 spricht, oder halt auch hier, das fänd ich attraktiv, wenn er sich richtig schön schwungvoll nach oben raus dreht, fänd ich das attraktiv, aber dann bitte auch halten, nicht zum Nachmittag dann nochmal neue, neue Tiefs nachschieben, ähm, das, das, da regt immer ein bisschen allergisch, unsere Dachse, das kann man nicht mit gut umgehen, ähm, gut, ich mach zu, ich merke, ich hab schon vor einer Minute gesagt, äh, wir sind fertig, jetzt sind wir fertig, äh, ich, ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, und denkt mir an die Sprungbrettkinder, ha, das ist schön vor Augen habt, um es euch sinnbildlich auch vorstellen zu können, was hier zum Dienstag nun passieren wird. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, viel Erfolg, gutes Gelingen, holt euch eure Punkte, und, ja, schönen Handelstag, tschö.